um K kann ich jetzt einleitern hätte sie kommen zurück zurück gleich wird es ist bester Stadt die Wurzelt hat nicht reagiert was wollte er noch mal machen der Land ich habe keine Ahnung mehr wo sind wir denn hier keine Ahnung so kann es auch mit zu folgen Nein du weißt doch dass ich dann nicht hinterher komme so müssen auch da mit einem Forscher sprechen und da ich muss mich immer umgewöhnen wir kamen auf die Idee Dragon Age anders die Wattens zu legen als bei gut wie ich eh und da muss ich mich jetzt umgewöhnen Ewe Nein ich komme nicht voran das ist das Problem Achso will ich die ganze Zeit mit links und rechts mich drehen und ewig drehen Hi Forschungsassistenz davor Hi Hello Wie geht's dir Müß Er will nicht mal mit uns reden Doch tut er doch Nein bei mir noch nicht Echt Bei mir kommt dass ich bis du wohnt Endlich jemand der bewaffnet ist Ich konnte nichts tun Es war eine Gruppe von Raumreisenden Wir wollten ihnen helfen und sie haben uns angegriffen Ich habe mich hier reingeflüchtet als sie nach Schall erschossen haben Aber ich habe sie reden gehört Ich glaube es sind Spione der Republik Tja toll und Who cares Beruhig doch mal Es ist sehr dumm Fremden so zu vertrauen Sie haben das Lager nach Vorräten und Uniformen durchsucht Und sogar die Ausweise der Leichen gestohlen Dann haben sie eine unserer Karten gefunden Wir hatten am Fuß des nahegelegenen Wasserfalls eine versteckte Höhle gefunden Sie könnten sich dort verschanzen und jeden erschießen der sich nähert Schön und wen interessiert das? Äh dich? Das wird ein guter Kampf Unsere Uniformen und Ausweise müssen zurückgeholt Unsere Vorräte wieder eingefordert Und diese Spione vernichtet werden Bitte Die Sicherheit des Imperiums steht auf dem Spiel Na wenn da Sag das doch früher Okay ich bin weg hier Scheiß auf das Imperium Tschüssi So what? Ich war mit der Steuerung nicht mehr klar Steuern jetzt Gleich kommt das Imperium und ich aber ab Steuern jetzt mit der Bounce Uh Schatz die Puffer Ich glaube wir müssen da hoch Ja aber hier guck mal ein Wasserfall Ui Lass den Wasserfall gut duschen Nee du musst nicht hoch Schatz die lass den Wasserfall duschen Ja geh Wasserfall duschen Spaß Warum kommst du nicht mit? Ach komm ja mit Du spät mir Hi Du schickst immer noch Tschüss Hey ich bin doch drei Kinder dir Ich geh jetzt Forscher retten oder so Ich hab dem Typ nicht zugehört Wie soll ich Spiode tüten? Ey ich hab bloß irgendwas so Bla 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 Ich bin doof Bla bla Gehört Wir sollen Ah Hilfe Aua Komischerweise sagen das alle NPCs hier Bla 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 Ich bin nicht froh Bla schab Ja Ah Hilfe Aua Was machst du denn schon wieder? Ich komm nicht woran Das war nicht Stimmt ich hab nen Gleiter Nein 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 Ah Hilfe Aua Was 475 Kartellmarkmünzen Sprint ihr denn? Hä was denn? Ich hab grad gedacht Hm ich kann meine Kartellmarkmünzen raushauen Für Leiter Aber 475 Kartellmarkmünzen Ja spiegt dir denn Ja Sieht aus wie grösses Ja du siehst aus wie grösses Das lustigste war bei 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 Die Herbs Was ich für den Interno DS hatte Und dir mal Geschenkt habe Ja Das ich auch glaube ich Immer noch habe Oder verkauft habe Da gab's ja dann irgendwie So verschiedene Bruderschaften Die hatten bestimmten Werten Zugeordnet Ah Aua Und irgendwie So für Reichtum Waren die grösses Okay Ja So damals Mein erster Kontakt Mit Grösses Ich weiß immer noch Wer grösses ist Ich hab auch keine Ahnung Wer grösses ist Wer ahnung hat wer grösses ist Schreibts bitte die Kommentare Wir haben wie keine Ahnung Ist so Wahrscheinlich war das Ein reicher Mann Ja Ein sehr reicher Mann Der alles bezahlen konnte Keine Ahnung Oh mein Gott Oh mein Gott Der hat sich Jetzt Der hat sich Äh Geräuchbom Sag doch Weg teleportiert Ich muss grad eher An Family Guy denken Aha Du siehst Bibelzitate Für ein Vorurteil heran Obwohl du nicht mal lesen kannst Willkommen in Amerika Brian Willkommen in Amerika Ich find den so gut Ja ich find den auch gut Ich weiß gar nicht ob die Folge schon in 3TV liegt Keine Ahnung Ich brauch noch ne Uniform und Versorgungsgüter Ich brauch noch ne Uniform und drei Versorgungsgüter Ich bin genau da hin Ja Was dagegen Ich plan ihn Just for fun Ja gehen wir mal weiter Der Spur muss sterben Erzähl doch mal was lustiges Wie war denn dein Tag? Moment man soll nicht eine Frau fragen wie ihr Tag war Ich hab mich grad geheilt What's the fuck Der Trike heilt uns Ne das hat so aus Hat er mich selbst geheilt Nein Trike heilt Nein ich hab mir grad so ein Heilteilen Feind bekommen Ach so ja genau Du bist der Savoteur Ja du kannst dich heilen Ah ok Aber Trike macht das auch Ok Man sieht dabei viel knuffiger aus Ne wissen wir nicht Guck dir die Kleine Ach genau das erste ist das ich nicht feiern kann Oh wie toll das jetzt deine Fähigkeiten Nein ich guck grad hier Ich hab jetzt schon wieder für alles vergessen Ich weiß wie lange wir nicht mehr gespielt haben Ich brauch gar nicht mehr zu wissen außer aus dem Steuern Weil ich mich irgendwie so an eine BASD Steuerung gewöhne Und dann immer total ungewöhnlich Wenn ich ständig zwischen den Spielen hin und her wegsehe Das ist nicht das ich meine Attacken neu lerne Nein es ist ja eher das ich vergessen habe wo ich was hingelegt hatte Ja eben Ich hab das so hingelegt Wenn du mir was umlegst komm ich nicht mehr zurecht Aber so ich setz mich direkt ran und weiß wieder wo alles liegt was ich brauche Tja Ich könnte mich hinsetzen und jetzt wieder meinen Marodeur spielen kein Problem Ich krieg doch noch mal Hau helfe Aua der Typ hat sich weggebehnt Aua helfe Aua Ich krieg doch noch mal ein Ich bin mir jetzt mal Toll ich stand direkt hinter dir und du ganz einfach weg Apropos Ich muss uns mal wieder BASDEN Ne echt Das habe ich schon so lange nicht mehr getan seit jahren monaten ja ich habe ja spieler einer wie die letzten paar letztes jahr aufgenommen so im frühling haben wir alle daran gemerkt dass ich habe die ja erst juni kam ja ja genau letztes jahr letztes ja wo es dann aber nicht mal die katar gab ja wir hatten uns ja und das zeig wie scheiß das spiel ist ja und ich wollte aber sagen weil du gerade von hacken geredet ich bin ja auch mal die mal daumen bin ich jetzt mal gespannt also gerade mit unserer vorbereitung plus minus müsste so allmählich der release bei xbox war und der ps4 ich bin mal gespannt wie das jetzt so alles bei denen ausfällt so launch titel mäßig ist irgendwie alles ja da gibt es wirklich ein spiel weswegen ich mir das holen würde hallo lehran 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 ja wirklich doch unsere vorräte und auch die uniformen ich hätte gedacht dass es einen gesamten zug brauchen würde um diese spione zu erledigen nur zwei leute die die lange weile haben ja ich diene dem imperium es war sicherlich sein wann danke meine sachen sind alle besser meine ausdauer runter weil ich und aber ausdauer das auch dann nämlich die planeten aufzeigen die wir alle zusammengefasst wurden naja wie auch immer abonniert und kanal drückt auf gefällt mir statt es ist da ein bis da dabei